Liebe Freunde, wie prüfen Sie die Belegreife von Estrichen? Ich zeige Ihnen, wie Sie schnell, einfach und zuverlässig zu einem sicheren Messergebnis kommen. So vermeiden Sie unnötige Wartezeiten, Diskussionen oder gar Schadensersatzklagen und vorgegenen Architekten und Bauleitern kompetent auf. Auf die Baustelle! Frank Radke, ein Bezug aus der Belegreife von Estrichen, kommt und Sie aus der Belegreife von Estrichen an die Belegreife von Stichen und Stichen aus der Belegreife von Stich. Sie bringen die Belegreife von Stichen auf einen Spiegel. Sie zeigen, wie Sie eine Belegreife von Stichen zu bekommen. Im Winter ist die Flasche kalt. Stellen Sie sie senkrecht hin und lassen Sie sie warm werden. So vermeiden Sie kondenswasserbildung und unnötige Diskussionen um Messergebnisse. Hier noch ein Tipp zum Auffinden der feuchtesten Stelle. Mit der Wärmebildkamera erfassen Sie schnell grosse Flächen. Zusätzlich können Sie den Leitungsverlauf der Fussbodenheizungen sichtbar machen. Dort wo die kälteste Stelle ist, ist auch die feuchteste Stelle. Der Nachteil ist, wenn die Fussbodenheizung ausgeschaltet ist oder generell zu geringe Temperaturunterschiede auf der Oberfläche vorliegen. Ayrıca kapazitiv testchihazı ile en islak noktayı belirleyebilirsiniz. Zemini ızgara formunda tarayın. Odadaki tüm işaretlerden en yüksek değere sahip noktayı bulun. Das kapazitive Messverfahren kann immer eingesetzt werden. In der Regel zeigt der höchste Messwert die feuchteste Stelle an. Aber Achtung! Die Werte hängen nicht nur von der Feuchtigkeit, sondern auch vom Feuchtigkeitsprofil ab und der Materialzusammensetzung. Zudem kann das Messverfahren nicht zwischen freiem und kristallin gebundenem Wasser unterscheiden. Testörneği almak için elektrikli bir keski kullanmak en iyi yöntemdir. Ayrıca şunlar da gereklidir. Küçük bir katlanır metre, bir numune poşeti, numune kaşığı, bir fırça, eldiven ve ter bandı. Ter bandlarını kullanarak ter damlaları ve nemli eller nedeniyle ortaya çıkabilecek tartışmaların önüne geçebilirsiniz. Ayrıca keski ve kırma çekicini de hazırda bulundurun. Numune malzemesini işaretlenen noktadan katman halinde bütün bir kesit olarak çıkarın. Numune malzemesini kırma çekici ile parçalayın. 3, 4, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1 Malzeme- undwürgel oluşt Immediately wieder 곳и. Malzeme-jeweln. Malzeme-but immerensche Weisse, fr Presidential匙 in blocks der TalBack. Malzeme-big- much larger Doyen Undeuw life невozum der chairs Siebel marque wiederholen würde. Eski bis nach der Tal takiej Maschin Saansch охwärts ist das ca. Untertitelung des ZDF, 2020 Kalan numunemalzemesini tespitene kadar burada saklayın. Böylece ekölcüm için malzemeye sahip olursunuz. Nehmen Sie für einen Kalziumsulfat-Estrich eine Probenmenge von 100 Gramm. Bei einem Zement-Estrich nehmen Sie 50 Gramm. Bei einem digitalen Manometer genügen Ihnen bei beiden Estrichsorten 50 Gramm, weil das digitale Manometer achtmal genauer ist und auch robuster. Numunemalzemesini mekanik bir teraziyle de hazırlayabilirsiniz. Numunemalzemesini mekanik bir teraziyle de hazırlayabilirsiniz. Numunemalzemesini mekanik bir teraziyle de hazırlayabilirsiniz. Und? Hat Ihnen das Erklärvideo geholfen? Dann wenden Sie es auch in Zukunft an und erzählen Sie es weiter. Auf unserer Webseite finden Sie hilfreiche Checklisten und zusätzliche Tipps. Für Schulungen oder Expertisen vor Ort stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich direkt an mich, per e-mail oder telefon. Tschüss und viel Erfolg! Dr. Frank Radge, mümkün olan en doğru okumayı elde etmenize yardımcı oluyor. Çünkü ancak güvenilir bir ölçüm sonucuyla kendinizden emin ve inandırıcı görünebilirsiniz. Kürful history Kürful honte Kürful Kürp Kürp Kürful Kürful Kürful